Genos Meisterplan und die Rückkehr der letzten Realität. So geht es in der Fortnite-Geschichte weiter. Angefangen bei Genos Meisterplan. Um den zu verstehen, müssen wir zurück zum Anfang von Fortnite. Denn dieser Plan bzw. die Intention des Planes hat Genos schon seit Ewigkeiten. Denn Genos Ziel ist ziemlich, ziemlich einfach. Er möchte alles und jeden kontrollieren. Und zwar alles und jeden in jeder Realität. Er möchte die Kontrolle über wortwörtlich alles haben. Genau deswegen hat ja auch Genos in Kapitel 1 und Kapitel 2 unter der Insel eine Brücke gebaut. Die Brücke war ja das Hauptquartier der IO. Seit die Brücke allerdings im Kapitel 2 Finale zerstört wurde, wollte er natürlich so schnell wie möglich einen Ersatz haben. Dieser Ersatz ist ihm endlich in Kapitel 4 gelungen. Oder zumindest war es ihm gelungen. Und zwar war das Ganze das Riss-Tor. Meines ist kein Zufall, dass er zeitlos, also sprich eine Variante von Genos, dieses Riss-Tor bauen wollte. Da er allerdings selber nicht wirklich weiß, wie man das baut, hat er den Riss-Wächter geschickt. Und ja, das Ganze bestätigt auch im Prinzip offiziell, dass der gescheitlose Mann und Genos die ein und gleiche Person entsetzt. Also sprich, Genos hat nicht nur den Riss-Wächter dazu beauftragt, dieses Riss-Tor zu bauen, sondern ihn sogar dazu im Prinzip gedroht. Also er hat ihm wirklich gesagt, Digi, wenn das nicht fertig wird, dann haben wir ein riesiges Problem. Und naja, es ist Geno, also sprich, das Ganze sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Das jedoch, also dass der gescheitlose Mann Geno ist, ist nicht offiziell bestätigt, sondern nur ein sehr starkes Gerücht. Allerdings hat das Riss-Tor nicht so funktioniert, wie es jetzt Geno und der Riss-Wächter vorgestellt haben. Denn klar, es wurde gebaut und hat auch erstmal funktioniert. Aber danach war Schluss. Das Ding ist nämlich zerstört. Was im Grunde genommen heißt, dass dieses rote Riff, was wir am Ende von Season 1 gesehen haben, es ist halt nicht mehr sichtbar, aber in der Theorie kann da jetzt alles und jeder aus sichlicher Realität in unsere Realität kommen. Und genau das möchte Geno nicht. Denn er möchte die Kontrolle haben. Und genau so hat er die Kontrolle ja nicht. Denn alles ist im Prinzip zufällig im Moment. Also sprich, das Ziel würde es auf jeden Fall sein, dieses Riss-Tor oder eine Art des Riss-Tors wiederherzustellen. Denn sonst, wie gesagt, plant Geno nichts Gutes. Wo wir schon davon sprechen, dass andere Sachen in unsere Realität kommen, der Ort. Wo sind wir eigentlich? Denn Donald, was hat das auf Twitter, seine Location auf Reality Zero, also sprich, Realität Null zurückgestellt? Also sprich, die Realität, wo wir eigentlich schon die ganze Zeit waren. Was interessant ist, da ich nicht dachte, dass wir von Season 1 zu Season 2 Realität gewechselt haben, aber ich dachte, in Season 1 wären wir nicht mehr in die Realität Null. Das heißt, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder wir waren schon die ganze Zeit in die Realität Null und haben es nicht so wirklich gemerkt, oder wir haben doch Realitäten gewechselt, was ich persönlich nicht glaube, da sich die Map ja prinzipiell nicht geändert hat. Aber beim Thema Ort und wo wir sind, gibt es aktuell wirklich mehr Fragen als Antworten. Wo es auch noch mehr Fragen als Antworten gibt, ist bei der letzten Realität. Und hier haben wir ein paar ziemlich wichtige Leaks in den Datenfalls gefunden. Und zwar ist es so, dass wir in der nahen Zukunft feststellen sollen, dass einige Daten oder alle Daten in Bezug auf die letzte Realität beschädigt wurden. Und dass derjenige, der dafür verantwortlich ist, möchte, dass im Prinzip alle Guten, die auf der Insel sind, sich gegenseitig bekämpfen, das im Prinzip das ganze böse, freie Fahrt hat. Und genau das kann eben darauf hinweisen, dass die letzte Realität zurückkommt. Denn die Person, die dafür eventuell verantwortlich ist, ist ein Skin, der eventuell noch rauskommen soll. Es ist alles, was er eventuell weiß, aber so weit sind die Leaks. Aber dieser Skin ist auf jeden Fall schon seit einer extrem, extrem langen Zeit geleakt. Das Interessante an dem Skin ist, dass der Skin von vielen Leakern ist im Prinzip die Person hinter dem Nichts bezeichnet wird. Also sprich, wenn die Leaker recht haben, dann ist diese Person das Nichts. Und das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich interessant, wenn die letzte Realität dort erwähnt wird, dass nichts erwähnt wird und wir wissen alle, dass die letzte Realität und das Nichts auf jeden Fall zusammenhängen. Und wenn das auch nur teilweise stimmt, sind das eigentlich zu viele Zufälle, dass das da nichts dran sein könnte. Aber wie gesagt, das Ganze ist noch nicht offiziell bestätigt. Das Ganze soll auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen offiziell bestätigt werden. Aber so weit erstmal die Leaks. Was allerdings auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die letzte Realität tatsächlich im Kapitel 3 final aufgetaucht ist. Es wurde einfach nur ausgeschnitten. Also sprich, Epic Games hat mit der letzten Realität geplant und dementsprechend wird das Ganze auf jeden Fall schon ein bisschen Sinn machen. Aber ja, ansonsten haben wir wirklich mehr Fragen als Antworten. Also unter anderem so Sachen wie, wo sind wir eigentlich? Was hat das mit Geno aus sich? Und was passiert mit dem Ristor? Das ist alles offene Fragen, die noch nicht beantwortet werden. Ich hoffe sehr, sehr doll auf ein Live-Event, denn das klärt hoffentlich einige Fragen. Aber meine Hoffnungen sind tatsächlich nicht mal so groß. Und ja, da sind wir tatsächlich auch schon angekommen in der Fortnite-Geschichte. Sonderlich viel hat sich dieses Season tatsächlich nicht getan. Es sind wirklich mehr Fragen als Antworten aufgekommen. Und damit Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.